Hallo YouTuber im Internet und willkommen beim Bussimulator 16. Hier wird eine neue Werbung freigeschaltet und die wollte ich mir jetzt mal angucken. Mal abgesehen von der Farbe, die wir hier auch nochmal ändern müssen, würde ich natürlich auch ganz gerne mal schauen. Ja, ob wir nicht mal so eine generelle Flottenfarbe hier machen. Was ist denn das für eine Werbung? Was ist denn da drauf? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Stück Scheiße. Ist ja auch kein Name dabei oder so, welche Firma das repräsentieren soll oder keine Ahnung. Ich habe auch noch keine Werbung drauf auf dem Bus, das ist ja auch doof. Sieht aber echt komisch aus, oder? Was meint ihr dazu? Gibt es denn da jetzt genauso viel? 500 die Woche ist auch nicht mehr. Wir sind übrigens online, zumindest theoretisch. Das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen, also die Firma ist dann definitiv online unterwegs. Das müssen wir noch ein bisschen kleiner machen. Ja, dann machen wir es halt hier. So, ich denke mal, da kann keiner meckern. Und wir werden natürlich noch mehr Werbung machen. Die zweite Werbung vielleicht mal auf der anderen Seite. Warte mal, das gleich hier, die von der Größe. Das passt so, oder? Denke ich auch. Und dann hier unser... Nee, da soll der bleiben. Nummer drei wäre dann... Ach so, wo passt denn das? Hier vielleicht? Ja, vielleicht dann doch ein bisschen... Auf der anderen Seite ist es nicht schön, ein Login-YouTube, aber es bringt halt Geld. So, dann Platz vier. Dann auch nochmal hier, ne? War das daneben? Sieht auch nicht aus. Hm. Tja, gefällt mir nicht so sonderlich. Okay. Kostet auch 8.000, erst mal die wir investieren müssen. Aber andererseits, 2.000 die Woche. Hammer ist dann schnell drin. So, das ist mal zum Thema Werbung. So. Ähm, diese Hunde-Dinger, die würde ich eigentlich ganz gerne mal abmachen. Müssen wir mal bei Aufklebern gucken. Die bitte mal weg. Den auch weg. Den macht jetzt einfach weiß. So. Muss ich auch was anderes nehmen, wenn, oder? Irgendwas noch freigeschaltet, was schön ist. Toll. Wollte ich mal den Bus mal in, äh, schön und so. Was ist denn das überhaupt? Machen wir ein bisschen größer. Das nervt mit den Verbindungsproblemen. Ich hab das gewusst und nicht noch gewartet mit der... Firma. Firma schließen ist weg, oder was? Nee, das sieht nie aus. Was ist denn da noch? Hm. Ein paar Blumen. Hat auch was, aber ein bisschen... Weiß nicht. Äh, das ist ein bisschen uncool, oder? Nein, ich hab mir uns ja das hier ausgesucht. Das machen wir auch so. Und, ähm... Ja, später gucken wir mal. Ich will jetzt die Werbung hier nicht behindern, äh... Ähm, was natürlich auch noch toll war... Das war ja hier der Fisch. Ich find den ja so cool. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, so ist er dann hier oben wieder hingepackt. Der gefällt mir fast noch besser als diese Streifen. Dann würde ich den fast da lassen. Und wir nehmen den nochmal mit. Ich mein, das kostet jetzt auch wieder. Ähm, aber der müsste, wenn auch, grün sein. Finde ich. So. Und jetzt bräuchte man nochmal eine Farbe. Ist auch doof, dass die anderen noch nicht freigeschaltet sind. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Ich find jetzt schwarz nicht schlecht. Grün will ich euch nicht antun. Orange. Oh, nee. Schon mal gar nicht. Irgendwie auch langweinig. Immer schwarze Busse. Das wäre irgendwann vielleicht doch nochmal eine Abstimmung machen. Ich bin ja immer neutral. Da bin ich auch nicht so ganz, aber... Sagen wir es gut aussieht. Ich mein, hier kommt die Werbung gut drüber, ne? Und wieso hab ich da jetzt noch eine Pfote? Ich weiß es nicht. Kommen wir auch an, welcher Platz das jetzt war, ne? Okay, grün. Komm, wir nehmen einfach mal einen schwarzen Bus. Mach das einfach mal so. Und später wird es nochmal geändert auf jeden Fall. Vielleicht, wenn wir dann nochmal andere Farben freigeschaltet werden. Und diesen blöden Dings hier möchte ich gerne weghaben. Ähm... Hier, oder? Okay. Dann haben wir die erstmal weg. Das nehmen wir mal an. Und... Machen wir alle Busse so. Achso, nur für Busse des gleichen Modells. Ja, dann kriegen wir das eh nicht. Dann müssen wir das dann halt selbst nochmal basteln. Das nervt. So. Woher weiß ich denn eigentlich? Ich war mir so ein bisschen... Ob das jetzt jemand hier angenommen hat, global oder nicht. Ähm... Spiele online, Simotube. Ähm... Jetzt hat die eine 3 erstellt. Achso, und die können dann alle auch sehen, was ich gemacht habe und getan habe. Ähm... Was sich für Anpassungen aus... Oh, das könnte natürlich auch nicht mal so Diskussionen geben, dann, ne? Ähm... Interessant wäre jetzt auch nochmal... Achso, die habe ich hier angeboten. Wie das aussieht, wenn du... Mit anderen zusammenspielst. Ob die auch die Busse verändern dürfen und so. Oder ob das dann halt nur mein Ding ist, ne? Okay. Dann genug gequatscht. Fahren wir mal wieder los. Ähm... Tom and Tomer läuft gleich. So. Ey, cool. Ja, super. Danke. Ein von dir Angebot im Job wurde halt an einem Spiel erledigt. Einnahmen dieser Fahrt 7300. Ja, klasse. Dann machen wir es doch mal so. Ähm... Ich würde noch mehr anbieten. Von den Strecken. Warum auch nicht. Nehmen wir mal alle. Ähm... Umso mehr ist dann hier auch von der Effizienz, ne? So, die wir auch mal anbieten. Name des Angebots. Strecke 4. So. Hier haben wir auch noch mal rein. Strecke 2. Also wenn ihr danach sucht, kann natürlich auch sein, je nachdem. Ich nehme natürlich ein bisschen Feuer auf. Gebe ich ehrlich zu. Sonst würde ich jetzt aktuell das gar nicht hinkriegen, wie wir es gerade machen mit den vielen Folgen halt, ne? So, und das ist Strecke 1. Also wenn da Simotube steht, dann ist dann normalerweise hofft ja noch Simotube drin. Deshalb nämlich äfft jetzt jemanden nach. Aber das kann man ja anhand des Accounts auch sehen, ne? Also mein Account nennt sich auch Simotube. Ähm... Von daher wird das sicherlich gehen. Okay, wir fahren jetzt hier nochmal diese großen Dingsens. Oder ich gucke nochmal die Strecken generell, ob wir das alles nochmal ein bisschen ändern wollen. Weil der fällt jetzt hier los. Und die Strecke dauert auch 12 Minuten. Da ist die Frage, warum wir ja eh mit der anderen Bus hier langfahren. Dann könnten wir doch den nochmal verändern. Und sagen, wir nehmen die Meißenstraße nochmal raus. So, würde ich dann wegnehmen. Und der fängt dann hier an, wo der andere Bus aufhört. Das fände ich jetzt auch nicht ganz gut. Die können wir jetzt eigentlich auch nochmal selbst dann fahren. Ja, möchte ich. Ich hab ja gesagt, ne? Achso. Warte mal, abbrechen. Irgendwas ist da gerade schief gelaufen. Das war jetzt die Strecke. Meißenstraße geht's los. Die soll weg und da ist dann die 1. Speichern bitte. Ich möchte die fahren. Genau, mit dem Bus. Jetzt los. Okay. Ja, das nervt mich wieder. Ich schalte bitte wieder mit ohne nichts. Und ich will nicht beleuchtet werden. Die anderen können beleuchtet werden. Das ist völlig in Ordnung. Die nehmen wir raus. Und was ich nochmal ganz kurz machen würde. Ich würde gerne mal die Dings belegen. Die automatische Rampe ist nämlich noch nicht belegt. So, die würde ich jetzt mal da drauf packen. Geht nicht. Drücke eine Medivite-Taste auf den Dürer und dann so. Ja, ich drücke. Aber. Hm. Jetzt wird es gerade geschwärmt, dass hier alles funktioniert mit automatischer Rampe. Macht er nicht. Okay. Ja, andere hast du gar nicht. Ich dir das nicht anbieten. Naja. Dann müssen wir uns halt Z merken erstmal. Da muss ich nochmal dran. So, wir müssen rechts rum. So, und jetzt machen wir keine Streckenwarnung bekommen. So wie sonst mit Baustellen und Krams. Also alles im grünen Bereich. Also ich freue mich richtig, dass da jemand die Strecke angenommen hat. und für mich gefahren ist. Wie gesagt, er verdient ja auch mit. Also diese Multiplayer-Option ist in mir doch ganz nett. Und grün. Aber ich glaube, chatten können auch nur die Leute, die wirklich dann für die Firma auffahren. So. Also die, die Freunde, denke ich mal. Und nicht diese globalen Ausschreibungen wahrscheinlich. Ja, gerne. Komme ich 2,20. Dankeschön. Und 2,80 zurück. Vielen Dank. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Das hört sich gut an. Ich denke mal, einmal normal. 22, wie komme ich denn? 50, 3, 5. Dankeschön. Dann viel Spaß. Danke, mein Lieber. Da nicht für. So. Dann fahren wir weiter. Und los geht's. 55 Sekunden. Nächster Halt. Fischerweg. Fischerweg. Sorry, da hatte ich grad ne Frage bekommen und, äh, ja. Ja, was haben wir denn? So, wir nochmal. So. Ja, danke Ihnen auch. Ich hab auch noch so ein anderes Aufnahmeprogramm. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Da kannst du nochmal zwischendurch auf Pause drücken. Aber, das macht immer zicken. So. Das blöde, dann halt, dann verschwinden hier die Folgen. Und, aber, naja. Das interessiert euch bestimmt nicht. So, nächste Fol- Ja, nächst. Okay. Dann kann ich noch so sehen. So. Gespannt bin ich auch, ob man die Strecken denn auch fahren kann, wenn ich nicht online bin. Das wäre nochmal interessant, ne? Und dann, wenn man sich reinloggt, keine Ahnung. Die hat er zehnmal an der Strecke gefahren. Du bekommst 5000 mal fünf oder so. Keine Ahnung. Also gut, ich weiß, was dich aufmuntert. Wollen wir uns etwas Bubble-Tee holen? So, 50 dürfen wir fahren. Zu viel ausgegeben. Kein Problem. Du bist eingeladen. Boah. Ich hab mich grad voll erschrocken. Sind wir jetzt geblitzt worden? Hallo, hier waren 50. Ich meine, ich hab das... Oder hat das jemand nur ein Foto gemacht? Ich weiß es nicht. Guck dir mal, ob das Schild da steht. 50. So, dann guck mal auf meinem Tacho. Ich fahr doch nicht mal 40. Das ist ja unglaublich. Also, ich versteh das nicht. Aber darf ein Bus hier... Boah, der Blitzer war geil. Respekt. Aber, wie gesagt, da muss ich nochmal prüfen, ob das denn so legitim war. Unglaublich. Aber gut, was los im Bus, ne? Hallo? Ja, gerne. 26 Euro. 26. Ähm, 30. Das tut mir jetzt leid. 1, 2, 3, 4. 40. 1, 2, 3, 4, 5. Viel Spaß mit dem Kleingeld. Ja, dann ich für. Ähm, okay. Dann fahren wir weiter. So. Das ist doch geil mit dem Blitzer, oder? Mann, 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 Mann. Komm, geh. Ich glaube, ich habe eh ein bisschen Zeit. Nächster Halt. Neue Straße West. Statisten? Was soll das? Vor allem ein Zebrastreifen und 5 Meter weiter noch ein Zebrastreifen. Das ist echt mein Klasse. Wer sich sowas ausdenkt, weiß ich auch nicht. Aber gibt es in Wirklichkeit, habe ich schon erlebt, äh, selbst auch schon mal so eine Diskussion um Zebrastreifen, ähm, und da war ich dann derjenige, der gesagt, hey, sag mal, geht's noch, muss man wirklich alle 10 Meter an Zebrastreifen, das ist ja nett für Fußgänger, auf jeden Fall, und auch sicher, und so. Aber, ähm, das Geile ist ja manchmal auch, wenn sie schon so Zebrastreifen machen, ne, dass sie dann auch meistens dann, oder dann, ähm, ja, wir brauchen nur so ein Ding dahin mal, ne, aber dann, äh, dass die Dinge auch abgesichert sein müssen, vernünftig, vernünftige Beleuchtung und so, dass du die Leute auch siehst. Die geilste an Zebrastreifen fand ich in Italien, seitdem man im Urlaub war, ähm, da brauchst du gar nicht rübergehen, da wirst du überfahren. Das war echt der Hammer. Da muss man sich dann schon so ein bisschen umstellen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, ist schon ein paar Jahre her, ähm, aber das war damals dann über Zebrastreifen gehen, so, äh, brauchst du nicht erwarten, dass jemand am Ende hat. Keine Chance. Ich glaub's nicht, dass du bei diesem Bild gefällt mir angetippt hast. Ich geb dir nie wieder mein Telefon. So, ich. Wahrgeschichte, aber wohl schon mal wieder durch. Gute Haltepositionen hätte ich jetzt nicht gesagt, aber... Jetzt halten nicht die Leute für einen Stalker. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Hier, gerne, ähm, einmal sehen, ja. 1,40 bitte. 1,40, 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 1 Nächster Halt, Sankt-Andreas-Kirche. So, wir müssen rechts. Okay, jetzt müssen wir schön weit auswählen. Also ein Video sollte ich auch mal machen. Segmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes isst. Natürlich tun sie das. Je besser du dich ernährst, umso heller werden sie. Oh mein Gott. Wieso sind wir eigentlich miteinander befreundet? Die Frage ist aber fies, oder? So. Wieder auswählen. Ja, das geht schon. Man gewöhnt sich langsam dran. Oder Tom vielmehr. Man auch. So. Die war doch süß. Okay. Sankt-Andreas-Kirche. Es war noch kein Rollstuhlfahrer weitergehabt, ne? Hallo. Okay, ich glaube, das war's. Was noch ein Gas gibt, komme ich noch raus. So, was macht der hier? Alle war Fußgänger. Okay. Nächster Halt. Nächster Halt. Neue Straße, Ost. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsieligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ja, also wie doch die Strecke auch nicht ganz gut gefahren sind, bin ich noch mal gespannt, was da kommt. Obwohl ich das gerne nochmal anfechten würde, ne? Kann man ja dann Einspruch erheben, oder? Ja, im Spiel wahrscheinlich nicht, aber... Das war schon komisch, ne? Weil... Ihr seid Zeuge, ne? YouTube. So schnell war man nicht. Okay. So, dann bitte aussteigen. Das ist die Endstation. Jetzt haben wir die kürzeste Strecke. Ja, dann. Das haben wir immer recht, YouTube. Der Leiter empor. Okay, wir steigen auf. Super Leistung. Einnahmen für diese Fahrt 4599. Das hört sich doch echt gut an, oder? Die folgenden Fahrer haben eine neue Beförderungsstufe erreicht und wurden befördert. Julia Harpan erfahren. Gelt nur an 30. Ja, sollen sie kriegen, ne? Wenn das... Aber unterm Strich noch genug verdient. Ich bin mal über den Blitzer gespannt, hier. Strafzettel fürs Rasen. 300, obwohl ich gar nicht gerast bin. Aber, guckt mal hier. Klasse. Neues Busmodell. Sieht zwar genauso aus wie die anderen, aber... Wollen wir kurz gucken? Ne, Händler. 150.000. Oh, geil. Ein Gelenkbus. Wir müssen sparen. Wir müssen sparen. Oder ich verkaufe alle anderen. Aber ne, das können wir auch nicht machen. Da verdient wir nichts mehr. Ähm... Ähm... Mhm, mhm, mhm. Ja, die verdienen halt jetzt nicht schlecht hier, ne? Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ich frage mich das... 25.000 haben wir jetzt. Okay. So, und warum ist hier jetzt ein Ausrufezeichen? Ach, Mist. Okay. Aber die Strecke ist ausgeschrieben, oder? Oh. Klasse. Ja, so hat sich doch gelohnt mit dem Online. Also, vielen Dank dafür. Vielleicht kennen wir uns ja sogar. Ähm... Ja, ich könnte auch nochmal die, die umgedrehte Strecke auch nochmal anbieten, ne? Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bringen soll, aber... Machen wir mal. Strecke... Vier. Rück. Geht nicht. Reicht nicht. Strecke vier. Nicht mal ein R? Ne, nicht mal ein R. Strecke. Vier. Rück. Naja, vielleicht versteht das hier wer. Also, Rüben werden wir hier nicht ausliefern. Ähm... Gut. Die müssten wir unbedingt fahren, sonst gibt es wieder ein Mekka. Ähm... Da hätte man vielleicht einen Pfarrer umlegen sollen, dann bei der Strecke, ne? Okay, YouTube, dann danke dir fürs Zuschauen und, ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen. Guck ruhig mal rein. Wenn ihr hier mal eine Strecke von mir fahren wollt, dann macht das doch mal. Ähm... Wolle ich ihn jetzt nochmal wissen. Ich hab vorhin gar nicht geguckt, die anderen... Achso, es sind jetzt die Werbeinnahmen von der MN. Da müssen wir unbedingt hier nochmal was ändern bei dem... Bus, da muss auch noch Fett-Werbung drauf. Das können wir in der nächsten Folge mal machen und... Ansonsten... Ansonsten... Okay... Global... Ich hab' jetzt die 3... Okay... Ja... Wie gesagt, ganz interessant. Aber mal schauen, ob wir dann in Zukunft unsere Strecke hier nochmal ein bisschen umbauen, wegbauen, hinbauen. Und... Wir sind durch. Na, also morgen 10 Uhr. Denkt dran, geht's weiter, wenn ihr Bock drauf habt. Ich würde mich freuen. YouTube. Macht's gut. Ciao.